so sieht es aus wenn ich meine seite aufrufe und wenn ich mein name da oben sehe dann will ich auch mein video sehen da unten guckt da raus der kurd dann soll das erscheinen aber es erscheint das das kotzt mich an und darum beende ich youtube nur dass wissen es gibt es noch das letzte video warum ich nicht mehr bei youtube bin aus diesem grund oben mein name dann irgendwelche werbung ich erwarte oben mein name und dann kommt der kurd so leid so sieht es aus wenn ich meine plattform aufmachen und das ist für mich nicht tragbar ich muss zwar nichts bezahlen für die geschichte und es war schön die ganze zeit ich habe letztes mal mich schon gewehrt gehe diese geschichte ich bekomme kein geld von youtube auch nicht von dieser werbung und ich will das nicht und wenn ich irgendwas nicht will reagiere ich ich suche mir jetzt eine plattform wo ich wieder meine videos an euch machen kann ich teile euch das mit ich werde bei youtube verschwinden das spiel ich nicht mehr das spiel es muss leute geben die was wenn sie dagegen sind das maul aufmachen das mache ich hier mit also ich suche eine plattform wo ich meine nächsten videos hochladen kann wenn interesse besteht ich für mich brauche ich es nicht ich muss mich nicht darstellen machen sie gut es war schön aber diese spiele spiele ich nicht tschüss